Wir bewegen uns in Kabinen, die fliegen oder fahren, ganz egal, nehmen die Umwelt kaum noch wahr, es läuft alles so schnell an uns vorbei, neu definiert werden muss der Begriff von Raum und Zeit, vom Anbeginn der menschlichen Existenz bis zum Zeitalter der Technik war unsere Welt begrenzt, heute stehen sie offen, all diese Grenzen, wir konnten überall hin, wo wir nur wollen, wenn das Geld stimmt. Wir stehen so frei und nehmt sich einen Augenblick, da draußen gibt's so viel zu sehen, was es hier drinnen gar nicht gibt. Die Bilder ziehen an uns vorbei, in hoher Geschwindigkeit, durch TV oder das Netz, unsere Sinne werden schlecht, ihr wollt, dass ihr was erlebt, dann kommt zum Chaos-Wanderweg. Setz deinen Fuß vor den anderen, hörst es gar nicht so schwer, in uns tief drin steckt das Wandern, doch viele kennen das nicht mehr. Setz deinen Fuß vor den anderen, hörst es gar nicht so schwer, in uns tief drin steckt das Wandern, doch viele kennen das nicht mehr. Wir leben in Ballungszentren mit kalten Wänden, bedeckt von Smog und Pistiziden, findet keiner Frieden, weil wir das riechen, was wir so gar nicht vertragen. Und die Wälder, Bergen, Lüfte, die uns heilen, Feuer sagen, du riechst die Luft und siehst den Wind in den Bäumen, schließ die Augen und fange an zu träumen. Du brauchst keine Feinstockplakette, hier gibt's den Weitraum zu entdecken, deine Sinne aufzuwecken, ist nicht möglich zu vergessen. Tausche Bildschirm und Tastatur gegen Wildnis und Natur, Auto und Garage, gegen Wanderstock und Pfade. Bilder ziehen, Bilder ziehen an uns vorbei, in hoher Geschwindigkeit, durch TV oder das Netz, unsere Sinne werden schlecht. Ihr wollt, dass ihr was erlebt, dann kommt zum Chaos-Wanderweg. Setz deinen Fuß vor den anderen, hörst es gar nicht so schwer, in uns tief drin steckt das Wandern, doch viele kennen das nicht mehr. Setz deinen Fuß vor den anderen, hörst es gar nicht so schwer, in uns tief drin steckt das Wandern, doch viele kennen das nicht mehr. Von Kölzfeld im Osten bis Förste im Westen, ein Schauspiel der Natur in Form von steinigen Gewächsen, das sind Karsquellen, Karskegel, Höhlen und Erdfälle, Bachschwinden, Flussversenkung, Felsen und weiße Wände. 200 Kilometer Atem, beraubendes Erlebtes zu Fuß, denn die Menschen brauchen das so weit, wie ihr blicken könnt, gibt es ständig Veränderungen und wer vom Wandern bisher nicht viel hielt, setzt hier den Wendepunkt. Setz deinen Fuß vor den anderen, hörst es gar nicht so schwer, in uns tief drin steckt das Wandern, doch viele kennen das nicht mehr. Setz deinen Fuß vor den anderen, hörst es gar nicht so schwer, in uns tief drin steckt das Wandern, doch viele kennen das nicht mehr.